In diesen Tagen ist alles voller Geschenke. Die Schaufensterläden sind mit Geschenken dekoriert. Im Internet wird alles als mögliches Geschenk beworben. Überall sieht man Geschenkpapier und Schleifen. Ja, es ist die Zeit des Schenkens und des Beschenktwerdens. Die Zeit der Wunschlisten. Und kaum einer kann sich dem so ganz entziehen. Vor ein paar Tagen war ich mit meiner Familie in der Wetzlarer Altstadt. Und es war voll mit Ständen und Lichtern, bunter Dekorationen und lauter Geschenken, die überall verteilt waren. Sogar ein ganzes Haus war mit einer riesigen Schleife versehen, als wäre es ein riesiges Geschenk. Und meine älteste Tochter, sie staunte nicht schlecht, als sie sah, kann es solch ein großes Geschenk geben. So groß wie ein ganzes Haus. Nun, ganz unabhängig davon, wie man zu diesem ganzen Schnickschnack dieser Zeit steht. Die Bibel, sie berichtet uns von einem riesigen Geschenk. Von einer Gabe, welches alle anderen Gaben überragt. Es ist ein überwältigendes und ein unverdientes Geschenk. Nämlich ein Geschenk, welches Gott selbst macht. Doch wir Menschen, wir sind häufig so unverständlich, dass wir denken, das ist vielleicht nur Deko. So wie in der Stadt. Meine Tochter, sie staunte und wir wissen, das sind alles leere Pappkartons. Sieht schön aus, aber es ist nichts dahinter. Und so viele Menschen, sie denken, dieses Geschenk Gottes, es ist vielleicht auch nur solch ein leeres Versprechen. Nur so ein Haufen Verpackung mit nichts als heißer Luft drin. Nichts Wichtiges, nichts Großes, was wirklich enthalten ist. Vielleicht nur so ein falscher Wunsch. Irgendwie so ein Traum, der damit verbunden wird. Nett anzuschauen, darüber nachzudenken, aber doch nicht wirklich mit Inhalt. Doch ich fürchte, in dem Trubel dieser Zeit geht häufig verloren oder häufig gerade unter, dass es nichts Wichtigeres und nichts Größeres gibt als diese eine Gabe Gottes. Als dieses Geschenk Gottes. Und im Johannesevangelium, da trifft Jesus im vierten Kapitel auf eine Frau. Und zu dieser Frau spricht er über diese Gabe Gottes. Johannes Evangelium Kapitel 4 und hier lesen wir die Verse 7 bis 15. Johannes Kapitel 4, Abvers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihm, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Mit diesen Worten weist Jesus auf die Gabe Gottes hin. Wenn du bloß die Gabe Gottes kennen würdest, nun kennst du die Gabe Gottes. Kennen wir die Gabe Gottes? Die Gabe Gottes ist die echte und persönliche Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gott schenkt sich selbst. Gott schenkt sich selbst. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er gibt das Größte, was es gibt. Das Größte und Höchste, was es geben kann. Er gibt sich selbst. Wir dürfen echte und persönliche Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Kennst du diese Gabe? Die Gabe Gottes ist das, was wir Menschen am dringendsten und am nötigsten brauchen. Gott allein kann das geben. Niemand anderes kann dir diese Gabe geben. Es ist nirgendwo zu kaufen. Und wärst du der reichste Mann auf der Welt, du könntest dir diese Gemeinschaft nicht erkaufen. Es ist nicht zu verdienen. Würdest du so hart arbeiten, wie kein anderer Mensch in dieser Welt, du könntest dir diese Gabe nicht verdienen. Die Gabe der Gemeinschaft Gottes ist etwas, was nur er geben kann. Und was wir Menschen so sehr benötigen. Er gibt es als ein Geschenk. Als eine freie Gabe. Als Gnade. Und in diesem Gespräch zwischen Jesus und der Frau erfahren wir drei wichtige Wahrheiten über diese Gabe Gottes an den Menschen. Und wir können uns das einmal so vorstellen, wie die unterschiedlichen Dimensionen oder diese unterschiedlichen Seiten eines Geschenkes. Erstens, die Gabe Gottes ist breit. Inwiefern ist die Gabe denn breit? Mit breit meine ich die Weite, diese große Reichweite, die dieses Geschenk abdeckt. Denn wer darf denn dieses Geschenk empfangen? Wem wird dieses Geschenk angeboten? Welche Kriterien gelten dafür, dass ein Mensch diese Gabe Gottes bekommen kann? Muss ich besonders gebildet sein? Es heißt ja hier, wenn du die Gabe Gottes kenntest, ist es eine besondere intellektuelle Herausforderung. Muss ich besonders viel gelesen haben? Muss ich besonders viel mich in eine Materie hineingesetzt haben? Muss ich studiert haben? Muss ich irgendwie einen besonderen Schul- oder Universitätsabschluss haben, um diese Gabe empfangen zu können? Oder muss ich besonders gut verdienen? Muss ich einen besonderen Status haben in dieser Welt? Muss ich einen besonderen Stand oder eine besondere Verantwortung haben? Einen besonderen Einfluss auf andere? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich die Gabe Gottes empfangen darf? Jesus spricht hier mit einer Frau. In der damaligen Zeit redeten jüdische Männer eigentlich nicht öffentlich mit einer Frau. Das gehörte sich nicht. Vor allem keine religiösen Lehrer. Also die hielten sich von Frauen ganz fern. Denn Frauen galten als nicht besonders verständig, als keine wirklich guten Diskussionspartner. Aber Jesus spricht mit der Frau und er erzählt ihr von der Gabe Gottes ganz offensichtlich mit der Haltung, du kannst die Gabe Gottes kennenlernen. Er macht dir deutlich, du kannst die Gabe Gottes kennenlernen. Aber außerdem, es war nicht nur eine Frau, es war eine Frau aus Samarien. Die meisten von euch wissen, die Samaritaner, es war so ein Mischvolk aus jüdischen Vorfahren und anderen Nationen. Aufgrund von geschichtlichen Wendungen wurde da einiges vermischt. Und sie haben dann irgendwie auch so eine Mischreligion gemacht, mit manchem aus dem jüdischen Glauben, aber auch aus heidnischen Glauben. Sie haben da so etwas durcheinander gemacht und durcheinander gemengt und sich sozusagen ihre eigene Form der Religion gemacht. Sie wohnten sehr nah beieinander, bei den Juden, aber die Samaritaner und die Juden, sie waren Feinde. Sie konnten einander nicht aufstehen. Mit Samaritanern hatten die Juden möglichst wenig Kontakt. Meistens versuchten sie sogar, das Gebiet der Samaritaner ganz zu umgehen. Wenn die Juden irgendwo aus dem Norden, aus Galiläa, zu den Wallfahrten nach Jerusalem in das Judah gingen, in das Südreich, dann machten sie gerne einen ganz großen Bogen. Ging nicht den kürzesten Weg durch Samaria, sondern machten einen großen Bogen, um bloß nicht sich mit diesem Volk auseinandersetzen zu müssen. Aber Jesus, er machte diesen Bogen nicht. Sondern er geht zu dieser Frau, zu dieser Frau aus Samaria und er fragt sie, um etwas zu trinken. Er war sogar bereit, aus einem Becher mit ihr zu trinken. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das für Emotionen freigesetzt haben muss bei den jüdischen Landsleuten damals. Es war eine der größten Unreinheiten, die sie sich vorstellen konnten. Wenn es eine Volksgruppe gab, von denen die Juden damals dachten, dass Gott sie hasste, dass Gott sie völlig verstoßen hat, dann waren es die Samaritaner. Aber Jesus spricht zu dieser Frau aus Samaria von dieser Gabe Gottes, die sie kennenlernen darf. Und später erfahren wir, diese Frau lebte kein besonders vorbildliches Leben. Ihre Moral war sehr fragwürdig. Wahrscheinlich war sie im ganzen Dorf für ihr schlechtes Leben, für ihre Unmoral bekannt. Denn sie lebte im Ehebruch. Und das nicht zum ersten Mal. Sie war schon mit fünf Männern verheiratet und lebte nun mit einem sechsten Mann ganz unverbindlich in einer wilden Ehe zusammen. Ihr Leben war ein absolutes Chaos. Kann die Gabe Gottes tatsächlich so einer Frau gelten? In der damaligen Zeit gab es kaum jemanden, der einen niedrigeren Maßstab erfüllte als diese Frau. Ihr Leben war völlig unwürdig. Ein Kapitel vorher in Johannes 3, da spricht Jesus mit einem jüdischen, einem gebildeten, einem religiösen und angesehenen Mann namens Nikodemus. Der Kontrast zu dieser Frau, er könnte nicht größer sein. Nikodemus, dieser religiöse Lehrer, angesehen in der ganzen Stadt. Diese Frau aus Samaria, berüchtigt im ganzen Dorf. Für ihre Unmoral, für ihr ungeordnetes Leben. Was für eine Distanz, was für ein Abstand zwischen Nikodemus und dieser Frau. Und wisst ihr, was uns das zeigen soll? So breit ist die Gabe Gottes. So breit. Die Gabe Gottes ist breit, breiter als wir denken. Sie gilt dem jüdischen Lehrer Nikodemus genauso wie der samaritanischen Frau. So breit ist dieses Geschenk Gottes. Die Gabe Gottes, sie überwindet die Maßstäbe und die Kriterien und die Grenzen, die wir Menschen uns in unseren Vorstellungen machen. Wir schauen auf unseren Nachbarn und sagen, solange ich nicht so lebe wie diese Frau, solange ich nicht so unordentlich lebe wie dieser Mann, bin ich auf jeden Fall auf einer ganz anderen Stufe vor Gott. Aber die Gemeinschaft mit Gott hat weder Nikodemus noch diese Frau aus Samaria verdient. Keiner hat es verdient, diese Gabe zu bekommen. Als ich heute Morgen hier zur Gemeinde gekommen bin, gab es ein großes Plakat, vielleicht habt ihr es auch gesehen. Heute schon eine gute Tat getan? Ich glaube, es ging irgendwie, dass man sich einen Abstrich machen soll von, weiß ich nicht, irgendwas Medizinisches. Heute schon eine gute Tat getan? Und der reiche Jüngling, er konnte sagen, oh, von meiner Jugend an. Nikodemus konnte sagen, oh, frag doch mal hier, die ganze Stadt weiß, was ich für ein guter Mann bin. Und fragt diese Frau aus Samaria und sie sagt, frag lieber nicht. Und doch, was sagte Jesus zu Nikodemus? Du brauchst ein neues Leben. Du brauchst eine neue Geburt. Was sagte Jesus zu dem reichen Jüngling? Du musst alles loslassen und mir nachfolgen. Sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Der Grund ist, kein Mensch kann die Bedingungen erfüllen durch die Sünde, die in uns ist. Nikodemus nicht, der reiche Jüngling nicht und auch die Frau aus Samaria selbstverständlich nicht. Nein, sie erfüllen nicht den heiligen und guten und gerechten Maßstab des Gesetzes Gottes, das da gilt, welches allein bestimmt, was gut und böse ist. Aber keines unserer Leben ist gut genug, wenn das die Bedingung für die Gabe Gottes wäre. Kein Mensch hat die Gabe Gottes verdient. Kein Mensch kann sagen, weil ich mich so anstrenge, weil ich so ordentlich lebe, habe ich mir verdient, dass ich Gott kennen darf. Habe ich mir eine gute Stufe verdient. Eine besondere Nähe zu Gott. Nun, es ist immer leicht, sich mit anderen zu vergleichen. Doch ehrlich gesagt ist der Zustand von uns Menschen schlimm. Ohne Ausnahme. Wir schauen auf andere und sagen, ja, so schlimm ist es nicht. Aber in Gottes Augen ist es dennoch schlimm. Schlimm, wie du lebst. Wie du denkst. Wie du sprichst. Was du tust. Die wahre Grenze besteht nicht darin, wo wir Menschen Grenzen setzen zwischen Gut und Böse. Wo wir Menschen Grenzen setzen zwischen Ordentlich und Unordentlich. Die wahre Grenze besteht nicht zwischen guten und schlechten Menschen, sondern zwischen dem einzig guten Gott und insgesamt schlechten Menschen. Was nennst du mich gut? Einer ist gut. Gott allein. Was sagt das über uns Menschen? Keiner ist gut. Auch nicht einer. Die wichtigste Frage ist also, wie kann der heilige und gerechte Gott Gemeinschaft mit sündigen Menschen haben? Wie kann er solch eine Gabe geben? Wo es doch keiner verdient hat. Wie kann die Gabe Gottes so breit sein, dass sie sogar sündigen Menschen gilt? Stolzen und selbstsüchtigen und betrügerischen und treulosen Menschen. Wie diese Frau aus Amaria. Wie Nicodemus. Wie dir und mir. Wie kann es sein? Diese Gabe ist so breit, weil Gott die größte Grenze überwunden hat. Er wurde in Jesus selbst Mensch. Er hat sich selbst gegeben. Er hat die Grenze zwischen Himmel und Erde überschritten. Um Gemeinschaft zwischen sündigen Menschen und dem heiligen Gott zu schaffen. Jesus hat ein vollkommenes Leben geführt. Viel heiliger und gerechter als Nicodemus. Als der reiche Jüngling. Als der beste und ordentlichste Mensch, den du dir nur vorstellen kannst. Gerechter und heiliger und liebevoller als dein Großvater oder wer sonst dein größtes Vorbild ist. Aber er ist unschuldig am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sein Sündopfer. Für die Schuld von uns Menschen. Ein Sündopfer vor Gott. Er hat den Zorn Gottes getragen, den wir verdient hätten. Den Zorn Gottes, den diese Frau aus Samaria und Nicodemus verdient hat. Ja, den du und ich verdient haben. Und als Jesus hing am Kreuz, mit seinen Armen weit ausgebreitet, sollen wir erkennen, so breit ist die Gabe Gottes. Sie gilt Sündern. Unvollkommenen, unverdienenden Sündern. Es ist breit genug für Sünder wie dich und mich. Und nun bietet Gott Segen und Gemeinschaft mit Gott selbst an, für alle, die ihre Sünde erkennen und auf Jesus vertrauen. Kennst du die Gabe Gottes? Wenn du die Gabe Gottes kenntest und der, der mit dir spricht. Wenn wir erkennen, wer Jesus ist, erkennen wir die Gabe Gottes der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Wenn wir erkennen, warum Jesus Mensch geworden ist und was er getan hat am Kreuz, dann erkennen wir die Gabe Gottes der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wenn du die Gabe kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, Gott selbst streckt seine Arme aus, begegnet uns am Kreuz von Golgotha. Die Gabe Gottes ist breit. Das bedeutet, sie ist breit genug, dass sogar du sie empfangen darfst. Die Gabe Gottes gilt auch dir, denn es liegt nicht an deiner Kraft. Denke nicht, du müsstest dir den Segen Gottes verdienen. Schau nicht auf dich. Vertraue auf Jesus. Er gibt die Gabe Gottes ganz aus Gnade. Mag dein Leben noch so chaotisch und noch so kaputt sein, magst du denken, bloß niemand darf sehen, was in meinem Leben los ist. Nun, Jesus kannte das Leben von dieser Frau Samaria und seine Antwort war, wenn du die Gabe Gottes kenntest. Freunde, das ist die Lösung, nicht der Lohn. Es ist die Lösung, nicht der Lohn. Die Gabe Gottes, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, sie reinigt uns und erneuert uns. Diese Frau aus Samaria, sie blieb nicht so, wie sie war. Oh, wenn wir dieses Kapitel weiterlesen, es ist herrlich zu sehen, was für eine Veränderung einkehrt in diese Frau. Und die Ewigkeit wird offenbaren, wie noch viel herrlichere Veränderungen eintraten im Leben dieser Frau. Die Gabe Gottes ist breit. Es ist nicht die Bedingung, die wir erfüllt haben. Die Gabe Gottes ist breit. Und es ist die Lösung, die Gemeinschaft mit Gott verändert unser chaotisches, unser sündiges, unser unreines, unser selbstgerechtes Leben. Erneuert es. Heiligt es. Die Gabe Gottes ist breit genug, sie kann sogar dich erreichen. Du kannst und darfst Gott kennenlernen, wenn du Jesus Christus vertraust. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Und zweitens, die Gabe Gottes ist lang. Sie ist nicht nur breit, sie ist auch lang. Die Gabe Gottes ist lang, sie hält viel länger an, sie reicht viel weiter hin, hinaus, als wir es uns vorstellen können. Als Jesus der Frau anbietet, er kann ihr lebendiges Wasser geben. Da erzählt die Frau ganz stolz von ihrem Vorfahren. Jakob, der Enkel Abrahams, hat nämlich den Brunnen gegraben. Und die Samaritaner, sie sahen sich auch in der Abstammungslinie von Jakob. Nun, zu der Zeit war das etwa 2000 Jahre her, dass Jakob diesen Brunnen gegraben hat. Er und seine Familie und seine Tiere, sie haben davon getrunken. Und immer noch versorgt der Brunnen die Menschen in den umliegenden Dörfern. Da ist immer noch fließendes Wasser. Dieser Brunnen hat viele Generationen mit Wasser versorgt. Tatsächlich gibt es diesen Brunnen wahrscheinlich heute noch. Allerdings steht da eine große Kathedrale drauf. Der Brunnen, den Jakob gegraben hat, führt also schon seit Jahrtausenden Wasser. Und diese Frau fragt Jesus, ist dieses Wasser, das du anbietest, etwa besser als das Wasser von Jakob? Ist Jesus etwa größer als Jakob? Und Jesus antwortet, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Gabe von Jakob war für die Menschen sehr kostbar. Wasser ist lebenswichtig. Ohne Wasser können wir Menschen nicht überleben. Und darum kamen die Menschen der Umgebung jeden Tag wieder und wieder zu diesem Brunnen, um das Wasser für den Tag zu schöpfen. Es war gutes Wasser, lebenswichtiges Wasser. Aber Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, wird trotzdem wieder durstig. Wer von dem Wasser trinkt, muss immer wieder neu kommen. Die Erfrischung hält nur eine kurze Weile an und im Endeffekt alle, die seit Jakob daraus getrunken haben, sind nach einigen Jahrzehnten trotzdem gestorben. Oder werden in einigen Jahrzehnten sterben. In diesem Leben hat alles ein Haltbarkeitsdatum. Ist euch das schon mal aufgefallen? Alles hat irgendwie diesen Zeitrahmen, bis dahin es irgendwie da ist oder funktioniert und dann ist es vorbei. Die größte Technik von Computer über Smartphone und all diese Dinge, die zur Zeit massenhaft verschenkt werden, sie haben eine erschreckend kurze Haltbarkeitsdauer. Andere Dinge halten länger. Irgendwelche Bauwerke. Und doch findet alles ein Ende. Alles findet diesen Punkt, wo selbst das kostbarste Geschenk nichts mehr wert ist. Weil es zum Ende gekommen ist. Weil es unbrauchbar geworden ist. Weil es kaputt gegangen ist. Wir alle wissen, dass Zeit zu schenken kostbarer ist als materielle Geschenke, oder? Und doch, was vergeht schneller als Zeit? Was vergeht schneller als Zeit? Und ja, Liebe zu schenken ist kostbar. Und doch findet jede Liebesbeziehung in diesem Leben ein Ende. Wenn nicht die Beziehung durch Streit oder Ehebruch, Treulosigkeit zerbricht, dann doch zuletzt wird sie geschieden durch den Tod. Kannst du dir überhaupt ein Geschenk vorstellen, das Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende anhält? Das geht schon kaum in unseren Kopf hinein. Die Gabe Gottes hält sogar länger an als die Gabe Jakobs. Jesus verspricht eine Gabe, die länger versorgt als dieser Brunnen von Jakob, der seit Jahrtausenden in Funktion ist. Jesus verspricht lebendiges Wasser. Diese Gemeinschaft mit Gott ist wie erfrischendes Wasser, das erfrischt und erhellt. Nicht nur für einen Augenblick, nicht nur in dieser einen Phase, wo ich gerade so Schwierigkeiten habe, wo ich so dringend einen Durst hatte und mich mal eben erfrischen musste, wo ich eben Kraft brauchte, um ein Problem zu überwinden. Nein! Diese Gabe hält länger an. Nicht nur einen Augenblick, nicht nur einen Tag, nicht nur ein paar Jahre, nicht ein Leben lang, nicht Jahrtausende. Es fließt bis in die Ewigkeit, sagt Jesus. Die Gemeinschaft mit Gott, Gott zu kennen und mit ihm persönlich verbunden zu sein durch diese Gabe in Jesus Christus, durch seinen Geist, ist etwas, das anhält in alle Ewigkeit. Es ist ein ewiges Geschenk. Es ist ein ewiges Geschenk. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es ist gleichzeitig das Geschenk der Ewigkeit. Wer Gott kennt, der darf Gott kennen in Ewigkeit. Er bekommt ewiges Leben. Ewiges Leben. Die Gabe Gottes ist so lang, sie reicht über dieses Leben hinaus. Mit Wasser können wir uns hier auf der Erde am Leben erhalten, aber am Ende müssen wir sterben und einem Leichnam hilft kein Wasser mehr. Am Ende stirbt jeder Mensch und er muss vor das Gericht Gottes kommen und der, der Gott nicht kennt, dem erwartet ewiges Höllenfeuer. Ihm hilft kein Wasser mehr. Erinnert ihr euch an die Geschichte von dem reichen Mann und Lazarus, der auch nur einen Tropfen Wasser begehrt, um seine Lippen zu kühlen. Und es gibt kein Wasser, das ihm hilft. Aber Jesus verspricht ein Wasser, das hinfließt bis in die ewige Herrlichkeit. Eine Gemeinschaft mit Gott, die anhält, ohne Ende, ohne Haltbarkeitsdatum. Gott bietet uns eine Gabe an, die uns in diesem Leben erquickt und erfrischt und das sollten wir niemals gering achten, was für ein Trost es ist, durch Gottes Geist mit ihm verbunden zu sein, zu ihm beten zu können, seine Hilfe und seine Veränderung in unserem Leben zu erfahren, was für eine Freude ist es, zu erleben. Gott greift ein, er hält mich, wo mich nichts anderes mehr hält. Und doch ist das nicht alles. Er schenkt ein neues Leben, das bis ins ewige Leben hineinträgt. Selbst der Tod kann diese Gabe nicht beenden. Sondern wer Gott kennt und versöhnte Gemeinschaft mit Gott durch Jesus hat, der wird nach dem Tod bei Gott sein, in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Diese Gabe ist so lang, sie umfasst alles, was wir in diesem Leben und in alle Ewigkeit brauchen. Gott versorgt und er hält. Der ewige Gott, er schenkt sich selbst und mit sich selbst schenkt er uns ewige Freude an ihm. Was für eine Gabe. Wie lang ist diese Gabe? Und drittens, die Gabe Gottes ist tief. Die Gabe Gottes ist auch tief. Ihr wisst, das ist die dritte Dimension, es ist breit, es ist lang und es ist tief. Tiefer, als wir es uns vorstellen. Die samaritanische Frau, sie wäre zufrieden gewesen, wenn es irgendwie so eine Kanalisation gäbe, unten tief in der Erde, von dem Brunnen bis zu ihrem Haus und dann würde in ihrem Haus es ein Becken geben und ein Rohr, das tief nach unten dringt und sie könnte den Wasserhahn aufdrehen und es käme Wasser. Das war eine absolut utopische Vorstellung für sie, aber das Größte, was sie sich vorstellen kann, wenn es irgendeinen Wunsch gegeben hätte, den sie auf eine Wunschliste schreiben würde, wenn sie sich wünschen dürfte, was auch immer sie sich wünschen kann, sie hätte sich geschrieben, hätte sich gewünscht, ich wünsche mir eine Wasserversorgung in meinem eigenen Haus, damit ich nicht immer zu diesem Brunnen hinausgehen muss. Eine Wasserversorgung in ihrem Haus, so wie bei dir, so wie bei dir zu Hause, so wie bei mir zu Hause. Stell dir mal vor, diese Frau aus Samaria könnte sehen, wie wir leben. Sie würde denken, habt ihr noch irgendwelche Wünsche? Sie dachte, eine Wasserversorgung in ihrem Haus, dann hätte sie im Leben eine Sorge weniger, sie hätte so viel mehr Zeit. Sie müsste nicht mehr Wasser schleppen. Für den Moment wäre das eines der besten Geschenke, das sie sich vorstellen kann. Und wisst ihr was? Gottes Gabe ist so viel tiefer. So viel tiefgehender. Und ganz ehrlich, sind unsere Wünsche nicht oft genauso oberflächlich wie der Wunsch dieser Frau. Die Gabe Gottes übertrifft bei weitem alle irdischen Wünsche und Sehnsüchte von uns Menschen. Wir sind so oberflächlich. Wir denken, mit ein paar Verbesserungen wäre dieses Leben schon ganz gut. Und ganz anders hätte einen ganz anderen Wert. Ein bisschen mehr Gehalt, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld hätte. Oh, dann wäre mein Leben so viel einfacher. Wenn ich ein bisschen mehr Urlaub hätte. Oh, dann wäre ich so viel entspannter. Oh, wenn ich Wohnung und dazu noch ein bisschen mehr Unterhaltung und ein bisschen mehr Ruhm bei den Menschen. Mein Leben wäre perfekt. Oberflächliche Wünsche, die für einen Augenblick einen Schein von Freude, einen Schein von Freiheit, einen Schein von Wert und Sinnhaftigkeit geben und im Nu verflogen sind. Im Nu verrinnt sind wie Wasser auf trockenem Land. Und das ist der große Betrug auch gerade in unserer Zeit. Unsere Seele ist voll von einem Verlangen nach Dingen, durch die wir uns Freude und Freiheit und Sinn und Erfüllung versprechen. Voll von diesem Verlangen, von dieser Begierde nach all diesen Dingen und wir werden bombardiert mit Verlockungen und Angeboten. Wenn du das hast und wenn du das tust und wenn du jenes in deinem Leben integrierst, dann wirst du zufrieden sein. Dann wirst du ausgeglichen sein. Dann wird dein Leben Sinn haben. Aber wir finden diese Erfüllung weder in materiellen Dingen noch in irgendeiner Weise von Selbsterfüllung oder Selbstliebe, wie es so viel propagiert wird in unserer Zeit. Wir finden diese Erfüllung auch nicht in anderen Personen. Wenn diese Frau mich lieben würde, wenn ich mit diesem Mann zusammen leben könnte, egal wie groß die Versprechen sind, diese Wünsche sind so flach. Sie reichen nicht in die Tiefe unserer Not hinein. Das Leben ist voll von Brunnen, die Wasser versprechen, aber nicht tief genug sind. Könnt ihr euch vorstellen, einen Brunnen, der nicht zu Ende gegraben wird? da ist nichts anderes drin als ein Loch mit Sand. Vielleicht höchstens ein bisschen Schlamm, so eine Mischung, aber nichts, was Durst stillen kann. Kennst du den Durst deiner Seele? Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes gelesen, meine Seele dürstet nach dir. Kennst du den Durst dieser Seele? Der durch nichts gestillt werden kann als allein durch die Gemeinschaft mit Gott. Die Gabe Gottes allein kann diesen Durst stillen, sucht seine Erfüllung nicht den oberflächlichen Angeboten, sondern in Gott, der die wahre Quelle lebendigen Wassers ist. Die Gabe Gottes durch Jesus Christus bringt uns zurück zu dieser wahren Quelle. Er verbindet uns mit der wahren Quelle. Und Jesus meint nicht eine Kanalisation, sondern Jesus meint eine geistliche Verbindung durch den Heiligen Geist, mit dem er uns mit Gott verbindet. Und das ist eine Quelle, die in unserem Leben quillt, ja die, wo Gott uns nahe kommt. Hier finden wir Gnade, Gemeinschaft, Vergebung, Heiligung, Sicherheit, Liebe, Zuversicht und ewiges Leben im Himmelreich. Durch den Glauben an Jesus wohnt Gott, durch den Heiligen Geist, nicht nur bei den Gläubigen zu Hause, als gäbe es da irgendwie ein besonderes Zimmer, irgendeinen besonderen Schrein, wo wir hingehen können, um ein bisschen Segen aufzudrehen, nein, die Gemeinschaft Gottes bedeutet, er wohnt in uns. Er verändert unser Herz, unser Leben, unsere Einstellung, die Art und Weise, wie wir denken, die Art und Weise, wie wir fühlen, die Art und Weise, wie wir leben. Er schenkt uns Frieden, das unser Herz erfüllt, er schenkt uns Gnade und Kraft zum Leben, wie solch ein sprudelnder Wasserquell, sodass wir keinen Mangel haben. Und durch die Verbindung mit Gott, wenn wir Gott kennen und mit ihm leben, dann können wir erst lernen, all die Dinge dieser Welt, ob schön oder traurig, ob kostbar oder wertvoll, richtig zu gebrauchen. Das eine zu genießen und das andere zu erdulden, aber unser Leben ist nicht davon abhängig. Der reiche Jüngling, er konnte den Reichtum nicht genießen, ohne sein Leben davon abhängig zu machen. Das war sein Götzendienst. Er kannte Gott nicht. Er kannte Gott nicht. Und Paulus sagt, dadurch, dass er Gott kennt, dadurch, dass Christus ihn stärkt, kann er mit all dem richtig umgehen. Mit Überfluss und mit Mangel. Er kann damit es richtig gebrauchen, ohne, dass es zum Götzen wird. Und ohne, dass er sein Leben in falscher Weise dran hängt. Und er kann auch mit dem Mangel umgehen. dass er nicht völlig verzagt und sein Leben keinen Sinn mehr hat, weil er dies oder jenes nicht in seinem Leben hat, sondern er weiß, Christus macht mich stark. Mit ihm vermag ich alles. Ja, bei all dem Schönen, das wir schenken und mit dem wir beschenkt werden, ist es wichtig zu erinnern, die Gabe Gottes allein, die Gemeinschaft mit Gott allein, hilft uns, den rechten Umgang mit allem zu finden, dass wir unser Herz nicht dran hängen, aber dass wir das Gute, das wir empfangen, es als ein Hinweis, als ein Anlass nehmen, Gott zu preisen, dass er uns reichlich darreicht zum Genuss, wie Paulus es schreibt, dass er uns beschenkt mit Gutem, ja auch mit materiellen Gütern, mit täglichem Brot, mit all den Speisen, die wir genießen dürfen, dass wir es empfangen dürfen, als Hinweis, Gott, du bist so gütig. unser Leben ist nicht davon abhängig, wir versuchen nicht den Durst unserer Seele mit etwas zu stillen, was den Durst niemals löschen kann. Ich lasse einmal von einem Wahlbaby, das vergeblich versucht hat, an einem Schiffsrumpf Milch zu saugen. Und alle Versuche der Menschen, dieses Wahlbaby davon abzubringen und irgendwie zu einer Wahlmutter zu führen, haben versagt, weil dieses Wahlbaby fest davon überzeugt war, dass dieser Schiffsrumpf Milch geben kann, bis es gestorben ist. Ist es nicht so in dieser Welt mit so vielen Menschen? Sie saugen und saugen an all den Dingen, an diesen toten Dingen dieser Welt, die nicht mehr Milch geben können wie ein stählender Schiffsrumpf. aber Gott allein kann diesen Durst der Seele nähren, kann diesen Durst stillen. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir nur in Gemeinschaft mit ihm wirkliche Erfüllung und wahren Frieden haben. Gott ist Mensch geworden, er ist in unserer Not, in unseren Mangel, in unsere Traurigkeit, in unsere Schuld gekommen, so tief. wie niemand jemals zuvor herabgestiegen ist. Er ist aus der himmlischen Herrlichkeit in die Tiefe dieser Welt gekommen, um die Tiefe unseres Problems, unserer Schuld zu lösen. Denn keiner von uns hat es verdient, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Unsere Sünden, unsere Lügen, unsere falschen Begierden, unsere selbstsüchtigen Wünsche, unsere Lieblosigkeit, unsere Achtlosigkeit, sie trennen uns Menschen von Gott. Schon in den ersten Kapiteln der Bibel lesen wir davon, wie die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott zerbrochen wurde durch diese falschen Wünsche und diese falschen Hoffnungen der Menschen. Doch Gott selbst hat einen Weg geschaffen, dass aus Feinden Freunde werden können. Gott verspricht nicht nur Freundschaft, er verspricht all jenen, die an ihn glauben, sich ihm anvertrauen, dass sie Kinder Gottes sein dürfen, dass sie adoptiert werden in die Familie Gottes, dass Gott sich wie ein guter und vollkommener Vater um sie sorgt, besser als jeder Vater, den du kennst. Die Gabe Gottes ist tief, so viel tiefer als alle unsere oberflächlichen Wünsche und alle oberflächlichen Versprechungen dieser Welt. Sie ist lang, sie reicht in das ewige Leben länger als alles, was du in dieser Welt kennst und sie ist breit. Sie gilt auch dir heute. Sie gilt uns in Deutschland, sie gilt in Amerika, sie gilt in Nigeria, sie gilt in Syrien, sie gilt den Sündern, die nicht auf sich selbst vertrauen, sondern ihre Schuld bekennen und sich Christus anvertrauen. Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Unser Abschnitt endet damit, dass sie sagt, gib mir zu trinken. Und wir wollen auch diese Predigt beenden mit dieser Bitte, Herr, gib mir zu trinken. Schenk mir neu eine Gewissheit deiner Gabe. Schenk mir neu diese Gegenwart des Heiligen Geistes in mir, als eine sprudelnde Quelle lebendigen Wassers, dass ich Gemeinschaft habe mit dem dreieinigen Gott und dass mein Leben erfüllt, gerade in dieser Zeit, wo wir so sehr abgelenkt werden, mit all diesen vergänglichen Hoffnungen, schenke mir Kraft durch die Gemeinschaft mit dir, weil ich dich kenne, alles in diesem Leben richtig zu erkennen und richtig zu gebrauchen. Oh, dass ich die guten Gaben Gottes nicht forme zu einem Götzen Bild, sondern dass ich es nehme als Anlass. All das dürfen Zeichen sein der Liebe Gottes. So wie wenn wir einander beschenken, es ein Zeichen sein darf, dass wir einander gern haben, dass wir dem anderen Gutes wünschen und dass wir verbunden sind durch den einen Gott, den wir kennen und lieben und der unser Leben erfüllt. Wer Gott nicht kennt, dann fang heute an zu beten, Herr, gib mir dieses Wasser zu trinken. Wie oft habe ich an falschen Dingen gesogen und gesogen und es kam nichts heraus, was mein Leben erfüllte. Gib mir zu trinken. Bete das. Herr, gib mir zu trinken. Meine Seele verdurstet. Wenn das wahr ist, was in deinem Wort steht, dass diese Gabe Gottes breit genug ist für mich, lang genug ist bis in die Ewigkeit, tief genug ist selbst für meine Probleme, gib mir zu trinken, bete das. Bete zu Gott. Du kannst Gott kennenlernen, das ist das Versprechen aus dem Wort Gottes. Dazu gebe Gott Gnade. Amen.